und das war auf dem markt stadion in der 15 folge aber nicht online ja nicht online online wieso naja ich weil ich das halt alle strecken die strecke alle sachen die jetzt nicht bei diesen 12 cups dabei sind also halt ja hier ein paar und was machen wir es gibt es gibt eine sonderregel also 150 alles normal ja gut ich habe vergessen mit teams und welche items gibt es gibt es gibt nur das das wird witzig also es gibt nur bomboms bomboms und das ist so scheiß alter wie wenn du ja okay herrte folgen im vorteil wenn man erster ist ja stimmt es gibt kein erster items und ich weiß schon was wir nicht nur münzen machen ja ich habe ein paar idee wir werden dann alles abklappen was man noch machen kann und wir können gar keine abkürzungen nehmen 0 wie das mich nicht mit in auf die akt dieses liebes ab little bit crazy 150 wollte ich noch 200 machen aber immer meinte kein bock und versuchten ja wir haben den abgehalten ich habe die typen hinter dir ja ich bin meine eigene ich habe eine münze bekommen junge also das ist das bisschen verrückt ja das ist richtig nice eigentlich ich bin vierter ich bin schon wieder hast du es gesehen alter das ist ich habe die alle ein bisschen von die abgehalten und das sind die zwei die mich die ganze zeit abwerfen ich habe kein eisem bekommen ich habe das ich hatte diesen fahrt das ist schlimm es gibt fünf rennen jetzt nur mit vom eigentlich ja bloß dass man nichts machen kann um nach vorne zu kommen wo wir kann soweit bomben werfen der war das ist egal was du hast mich also abgeworfen ja danke ich habe auch nichts ich habe mir nicht zu dir geworfen ich bin jetzt wegen die siebter ja du musst ja auch die hinter dir werfen nämlich aufhören kann weil lieber zwei gute als nur ein siebter okay aber war war interessant wenn man das muss sagen darf oder ja wenn man nicht immer es kommt halt einfach nur auf den boost an dem man am anfang hat also den start doch dann kommt das erste item dann kann man einmal nach hinten mehr von alles entzünden richtig weit naja das kommt auf die karts auf einmal manchmal beschleunigen gut und so weiter hey 41 41 okay dann sehen wir uns auf der war ist goldmine map goldmine map das stand aber nicht dabei nur bomben nur bomben okay also ja was sollte ich sagen danke für die du bist und nicht ich habe ja ich habe auch ich habe auch eine münze ich habe auch schon eine münze also ich glaube münzen gibt es halt auch ja und bomben auch ja alle eigentlich ist ja alle items wurden halt zum bomben du kriegst auch immer wenn ich bin erster natürlich also es gibt halt alle items wurden durch bomben ersetzt und bis halt auf münzen gelten nicht als item sondern als müll ja ist halt einfach recht zu ich habe mit in dem gang hinten eine rein er gut okay dann schau lemmy und irgendwie sind jetzt schon wieder beide bei mir ja naja ja gut die computer sind auch schwierig und ich hasse es wenn die fliege krassen alter gut aber das wird sie das also alle einfach einfach alle abkürzungen wenn es nicht mehr funktionieren also alle abkürzungen wenn du den pilf ausseiten ist eigentlich mit hinter mir ich hoffe mal weil er als erster kann sein nur hinten werfen ja gut ist schon gut wenn du als erster kannst du halt und kein fehler machst brauchst du denn vorsprung einfach übelst aufhalt ich habe eine bombe geworfen und ich bin der einzige der durch schaden bekommen hat recht ich glaube ich bin halt richtig weit vorne ich habe keine ahnung weil ihr behauptet ich also alle weg alles klar ja sehr gut es geht es gut aber die computer sind auch generell irgendwie fühlt sich zumindest alles ob sie einfach generell schneller sind weil ihr seht ja ich mut also fehler ich fahr schon keine fehler und selbst mit dem computer auch da wissen man sich jetzt nicht so sicher aber ja ich bin schon weit vorne also es hat schon praktisch wenn man so als erstes so als menschheit wenn man mützen bekommt es eigentlich schon ist halt nicht besser wenn man so mit abstand vorne ist weil münzen geben einem ja ein boost kleine eigentlich nicht nennenswerten aber ja sie geben einem ein und ich bin im ziel und zweite ist jetzt im ziel hast du das gesehen du musst mal bei mir auf der map gesehen dass du richtig weit nach hinten bist zehn tag ich habe keinen bock mehr warte kannst du noch überholen nein igi igi und lemmy die sind die ganze zeit bei mir gewähren gewähren jetzt sind sie aber richtig weit vorne fünfter und sechster ja als erstes dabei ich die ganze zeit dritter und zweiter und so da man sie dann war ich die ganze zeit siebter ja wenn man sie fünfter und sechster und jetzt kurz vom ziel kommt noch diese mit medien beninder beninder ja mal sehen wie es auf der staubtrockenen wüste läuft ja ein bild was ist das okay es ist ein bild in der hosentasche weil wir gut dritte von fünf runden und dieser moment wenn du weißt wenn du eine fliege im ganzen haus ist wenn die aufnahme läuft sonst ist nie die fliege ja nur wenn die aufnahme läuft so richtig perfekt hallo hast du ein item bekommen überhaupt ich habe eine münze bekommen du bist einfach trotzdem von mir ich fand natürlich viel besser weißt du ja keine ahnung ich bin ich bin direkt hinter dir die ganze zeit und du ja keine ahnung nicht geplant wollte ich doch nicht abwerfen danke lemmy hat gerade seine teamkollegin abgeworfen ja sehr intelligent auf jeden fall computer alt an die lemmy ist bei uns hallo nämlich bei uns emil ja er ist doch gar nicht schlimm eigentlich muss lemmy wirft immer igi ab und in die lemmy und und treffen sie immer dich nicht nach mir nicht nach mir ich lass mal einfach meine fallen da ich wollte das war ja ich wollte eigentlich eine nach ja das ist ja das ist ja er hat eine bombe wir sind die bombe wie einfach alle bomben haben ist ja unsere unfaire die bombe trifft zu jedem du fährst einfach weiter welches item bekommt man hier in diesem modus wohl ich halte mal die hinter mir vom leib alter diese bomben nein schon bin ich schon wieder hinter mir ist natürlich wieso wurde ich gerade alle kam so schlecht beim beschleunigen oder beim neuen schwindigkeit das ist unfair alles ist okay ich habe mich mit meiner bomber erwischt ich denke doch auch nee ich habe richtig meine item verpackt wird anrufen das wünscht man sich in aufnahmen aber man hört es nicht weil es auch vibrieren ist perfekt also ich habe gleich zeit ranzugehen ich habe mich mit meiner eigenen bombe noch rein bin zweiter ja das geht vierter okay dann mal gucken wer das war während mich denn an hey das ist ein smiley siehst du das die strecke ist einfach ein smiley da bei den sandbergen und hügel da wo man das wasser fährt okay mein big brother natürlich ruft sein bruder nicht ihn sondern mich an naja egal dann bis gleich und da sind wir auf toads autobahn ich weiß nicht mal was ich vorhin gesagt habe wahrscheinlich habe ich gesagt jetzt geht es weiter auf das ist einfach keine ahnung okay ja da hier wird vielleicht wieder da ist diese fliege diese ach egal okay ähm es wird rennen jetzt müssen wir uns beilen oder eben gleich weg muss perfekt ich glaube dass mir das Mikrofon buchst du bist weil ich sitze näher dran aber keine Ahnung schau mal wer schon wieder bei mir ist also beziehungsweise vor mir ich möchte hoch heute hier wenn man hier lang fährt ist perfekt ich fliege einfach über alles drüber ihr könnt mich mal also ich werfe dann mal hier was ab auch was ist mein eigenes mehr gut aber ich war gerade langer flug auf jeden Fall perfekt wenn ich von einem getroffen so hallo nein dein ernst ich hab dich ich hab die ähm schon geworfen bevor ich in die bombe bin dann hat es aber rumgelegt und dann ist es abgeworfen obwohl ich gar nicht klingt kompliziert was ich wollte da hochfahren also ich fang gerade nur schmarrn zusammen ich bin auf jeden fall achter und er hat das Mikrofeuern ich hab keine Ahnung wie hab ich ein alter Möbel egal you must go da sieht man mal was ein guter Drift macht von mir oder von dir ah ich war grad nein ich will es nicht mein eigenes Bumbe rein boah das ist so ungewöhn gewesen Alter ich hasse den Hallo hier ist ne Bombe magst du Hä? wieso ist meine Bombe jetzt von selbst explosiert? Alter da ist noch ne Bombe Hä? das ist das ist so richtig unfair einfach Alter was ist mit dem los ich bin zehnter also läuft bei mir kommst du mal eh mit mir ans Mikrofon ich bin neunter ich kann es noch sagen bitte please wahrscheinlich bin ich ja immer viel zu leise ach gut zumindest hat mich nicht meine eigene Bombe erwischt zumindest diesmal nicht irgendwas ist mit diesem Auto los nein ich wollte ja rüber fliegen ach jetzt wird es natürlich nicht aber es ist ja echt echt richtig nice wenn man da rüber fliegen kann ja dann werf ich mal mit ne Bombe ab Toad bitte ich möchte Toad nein ich mag die nicht kann man ich möchte hier noch bitte bisschen boost holen bitte bitte boost 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 du fährst aber auch nicht das ist Sonnen nein ich fahr echt grad nicht gut ach komm Zehnter hat man noch Töne wie kann man Zehnter sein nicht gut ich mach Lemmy hat mich die ganze Zeit abgeworfen wir haben schon wieder genau gleich viele Punkte haben wir ok gut ich hab eigentlich hoch 33 beide ok dann letzte Runde ne die Frage welcher ist oben und und der coole Wirpfelweg der wilde Wirpfelweg und ich hab jetzt erst gesehen dass die Strecke an den Baum hoch geht so dumm was sagen sie dazu dass die Strecke einfach an den Baum hoch geht viel nämlich gar nichts interessante Infos hier ich hab vier Minzen und bis zwei vier Minzen ach deshalb sind die hinteren auch immer schneller ah hab ich ja früh hab ich ja früh verstanden oder ja schon also ja gut ich hab ja auch mal gekauft erst vor kurzem gekauft ja das soll ich jetzt übrigens witzig nennen sollte nicht beziehungsweise Moment mal ich hab ne Frage ich bin jetzt in den Fässern Bomben dritten an wenn der alten Helm sind Alter ich will noch zweimal hintereinander ja ich will auch noch in die Bomberei und ich werfe auch fast hintergefallen ich auch ich auch ah ja oh wie konnte man der Bombe noch ausweichen das sah voll gezichtet aus oh das hier sieht auch nicht gut aus ich weiß nicht was hier los ist in die natürlich viele Leute in diese Bombe da in die da gerade zwischen den Blättern da lag denn weiß ich nicht ist die abgeworfen und hilfe ich bin gerade ungefähr ich bin ein paar Sekunden in zehn Mompen rein ja man ja sie Plätze weiter hinten Alter ich würde erinnern von zwei Metern drei von drei Bomben abwischt mit 8er freut sich das das Problem ist zu bitten diesen Modus zu behält hat einfach die Münzen machen dich ein bisschen schneller und man behält dann einfach nicht die Münzen weil halt jeder Bomben kriegt und jeder irgendwie total irre sein kann hast du diese Bombe gelungen? dir grad vor dir explodiert ist äh hat die mich mitgenommen ich hab schon wieder vergessen das mir gerade ein Item geklaut weil sie zwei benutzt haben echt? Hallo Iggy äh Iggy Ludwig bitte lass mich die noch überholen ach geht ja noch ein Runde also ähm ach man behält halt einfach nicht die Item ich mach das nach hinten die Bombe ach ich dachte hier müsste ich hätte ich gehofft ich weiß schon dass du den auch so hast du ein Item? ja bitte keine Bombe hallo das habe ich gesehen glaube ich dass ich das nicht gesehen hätte ich werfte die Bombe nach vorne ich wollte uns alle in die Luft jagen und dann hat jemand andere getroffen nein bitte komm nicht vor mir ins Ziel ich wollte ich wollte uns alle in die Luft jagen und wenn du jetzt vor mir ins Ziel gehst dann bin ich echt traurig ok hä ich bin die zweite du bist erster hä was ist los ja gut du bleibst auf der Platz und ich bleib jetzt weiter perfekt easy doch lief doch noch gut und du bist ich hab mehr Punkte jetzt als du ja du hast mehr Punkte 3 Punkte mehr ok 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 ja dann haben wir ich jetzt mal gewonnen gewonnen ja ok Ergebnisse Glückwunsch wir haben gewonnen siehst du das oben ahja ok 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 freu dich so lange du noch raens deine Elterie pack den Eis ok wo is der Stift hier vorm Gamepad und die märkte spur gehen also du ich muss nur deswegen auch jetzt schnell und ich darf alles okay dann ja haben noch einen schönen tag macht's gut bis zum nächsten part kommentieren vergessen